Diese Woche deckte die FPÖ bereits auf, wie die Frau von Innenminister Nehammer gemeinsam mit dem Verfassungsrichter Rami hunderte Bürger für das Teilen eines Facebook-Postings um 4.500 Euro erleichtern will. Nun will sie auch noch die Aufdecker in Form von FPÖ-Mediensprecher Christian Hafenegger belangen. Naja, die Frau Nehammer klagt mich jetzt, weil sie der Meinung ist, ich hätte ja unterstellt, dass sie Geheimnisse aus dem Innenministerium an die Firma Hygiene Austria weitergetragen hätte. Fakt ist, dass das erstens nicht so war und dass es zweitens meine Pflicht ist, als Parlamentarier genau solchen Vorwürfen nachzugehen. Und die Kausalkette ist nun einmal da, dass die Frau Nehammer eben versucht hat, noch einige Tage vor der Razzia bei der Hygiene Austria sich von diesem Unternehmen zu distanzieren. Das ist evident, das liegt uns vor, das können wir auch nachweisen, dass die Razzia ein- bis zweimal verschoben worden ist. Auch das sind Dinge, die wir aus Ermittlerkreisen wissen. Das heißt, hier wird man sich erklären müssen. Und vielleicht noch eines, wenn die Frau Nehammer glaubt, dass die Klage gegen mich jetzt darüber hinweg blenden kann, dass sie sich bei fast tausend Österreichern massiv bereichern will. Da geht es ja immerhin um fast viereinhalb Millionen Euro, die hier fällig wären, wenn wirklich jeder, der dieses Posting geteilt hat, auch zur Kasse gebeten wird. Dann ist das ein schlechter Stil und auch ein schlechtes Mittel, ein untaugliches Mittel, das zu verschleiern. Sondern es ist meine Aufgabe als Parlamentarier, genau solchen Hinweisen nachzugehen. Deswegen halten wir auch fest, dass wir hier parlamentarische Anfragen einbringen. Deswegen bringen wir auch eine Anzeige bei der WKStA ein, die ist gerade in Ausarbeitung. Und ich lasse mich von solchen Dingen natürlich nicht einschüchtern. Und wir haben ja auch schon gesehen, dass Amtsgeheimnis und ÖVP insofern keine gute Kombination ist, weil sehr oft Amtsgeheimnisse von ÖVP-nahen Personen herumgeschachert werden. Oder zumindestens, dass auch der Verdacht hierzu besteht. Wir kennen alle den Fall Brandstetter, Pilner, Jack, Deuner. Also auch hier gibt es den Verdacht, dass hier eine Hausdurchsuchung verraten worden ist. Warum soll das nicht wahrnehmen, dass auch eine Möglichkeit sein, dass die ÖVP Amtsgeheimnisse weiterträgt? Also das heißt, wir sind da sehr gelassen. Wir sind froh, dass es neben diesem Korruptionsfall, der dann hoffentlich aufgrund unserer Anzeige bei der WKStA aufgenommen wird, dann auch noch ein zweites Verfahren gibt. In dem Fall halt gegen mich. Ich halte es aus. Ich habe einen breiten Rücken und lasse mich von der Familie Nehammer ganz sicher nicht einschüchtern. Ich habe einen breiten Rücken und lasse mich von der Familie Nehammer ganz sicher nicht einschüchtern.